In diesem kurzen Video stellen wir Ihnen das Schweizer Living Lab des Desira Projekts vor. Living Labs werden auch Reallabore genannt. Die gesamte Schweiz bildet das Living Lab, aber im Rahmen des Projekts haben wir vor allem in der deutschsprachigen Schweiz gearbeitet. Im Rahmen des Schweizer Living Labs haben wir uns in einer Reihe von Stakeholder-Workshops mit unterschiedlichen Szenarien auseinandergesetzt, die folgende Frage beantworten. Wie wird Unkrautregulierung im Schweizer Bio-Gemüsebau in einem zunehmend digitalisierten Zeitalter im Jahr 2031 aussehen? Im Folgenden skizzieren wir eines dieser Szenarien, das von den Beteiligten als positiv bewertet wurde. Dieses Szenario heisst digitalisierter Gemüseanbau. Doch was bedeutet das? In diesem Szenario stehen in Zukunft mehr qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung, was die Weiterentwicklung und den Einsatz von Robotern und anderen digitalen Hilfsmitteln, die spezifische Kompetenzen erfordern, wesentlich unterstützen wird. Außerdem wird es einen hohen politischen Druck geben, um den Einsatz synthetischer Pestizide im konventionellen Agrarsektor weiter zu reduzieren. Dies wird sich in Bezug auf die Digitalisierung indirekt auch auf den Biosektor auswirken. Konventionelle landwirtschaftliche Betriebe werden in dieser Situation vermehrt auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen. Die steigende Nachfrage und der Einsatz von Robotern in der Landwirtschaft werden wiederum Anreize für Technologieunternehmen schaffen, in die Weiterentwicklung von Roboter zu investieren. So werden die Preise von Robotern für Landwirtschaftsbetriebe sinken. Gleichzeitig wird sich die Leistung der Roboter deutlich verbessern. Wir sind hier in einem Zwiebelversuchsfeld mit dem Farmdroid FD20, der in den letztjährigen Versuchen noch nicht ganz überzeugen konnte. Die Handarbeitsstunden waren noch etwa ähnlich hoch wie im betriebsüblichen System. In den Zuckerrüben haben wir jedoch gesehen, dass durch eine Verbesserung der Hacktechnik und eine erhöhte Zuverlässigkeit der Unkrautdruck in der Kultur noch einmal massiv reduziert werden konnte. Wenn also dieser Trend weitergehen soll und die Technik, die Zuverlässigkeit und die Effizienz der Hacktechnik im Besonderen weiter verbessert wird, kann ich mir gut vorstellen, dass der Farmdroid auch in Gemüsekulturen wie den Zwiebeln in Zukunft eine bedeutende Konkurrenz darstellen kann gegenüber den betriebsüblichen Systemen. Es ergibt sich also ein positiver Kreislauf, bei dem die verbesserte Leistung der Technologie mehr Landwirte dazu veranlassen wird, in Unkrautbekämpfungsroboter zu investieren und diese einzusetzen. Dies wiederum wird die Aussichten für die Technologieunternehmen weiter verbessern. Letztendlich wird der gesamte Gemüsesektor sowohl im konventionellen als auch im Biolandbau stärker digitalisiert werden. Es werden Synergien zwischen den beiden Sektoren entstehen. Gleichzeitig werden die Grenzen zwischen dem biologischen und dem konventionellen Sektor durchlässiger. Der konventionelle Sektor wird durch den geringeren Einsatz von Pestiziden nachhaltiger werden, was durch den umfassenden Einsatz von JET-Robotern realistisch wird. Sektor wird durch den geringeren Einsatz von JET-Robotern realistisch wird. Sektor wird durch den geringeren Einsatz von JET-Robotern realistisch wird.